Die Claudia und ich, wir haben eine gemeinsame dunkle Vergangenheit und zwar wie genau? Sturm der Liebe, die Bösen. Ich war die allererste, Kofa Franke, die zurzeit noch im Gefängnis sitzt. Ja, ich leiste dir ja mittlerweile Gesellschaft. Ich war sozusagen die Letzte, weil in der Form gibt es ja die Rolle zumindest im Moment nicht mehr. Genau. So, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht.